Wenn ich nicht sagen würde, dass ich Wuppertal liebe, wenn ich mich in Wuppertal verzehre, dass ich unendlich gerne in Wuppertal leben würde. Ich mir ein Leben auffangen würde in Wuppertal gerne. Als Fahrradkurier. Ultradicke Schöntel. Der nächste Tropfen geht ein bisschen darüber. Er heißt Kinderstrafe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020